Musik Ich würde sagen, wir haben noch zwei Lötchen. Ich würde sagen, wir haben noch zwei Lötchen. Ich würde sagen, wir haben schon die Kammer auf. Schauen wir uns mal den Prolog zu Anna's Quest an und dann haben wir das Quest selber. Ich weiß nicht, was der Prolog ist, deswegen gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir sind schon mal kurz. Was machst du? Nono, was genau hast du davor? Ich brauche die Pfeiltasten gleich hierfür, oder ich brauche die Pfeiltasten hierfür. Erstmal, hallo und herzlich willkommen zu Mittagsgrüß der Moweltier, meinem Mittags-Stream. Kleine Stündchen werden wir jetzt spielen, mittlerweile dann nicht mehr mit Haunted, sondern mit Haunted Quest und ich weiß nicht, was meine ganze Zeit gerade macht. Was genau wird das hier? Okay, ich lasse das jetzt einfach nur so. Wir schauen uns mal den Prolog zu Haunted Quest an, wie ich gerade eben schon sagte. Es war einmal vor langer Zeit... Moment, du darfst mal lesen, ne? Es war einmal vor langer Zeit... Dunkler Wald... Was ist das? Ach pur! Ich muss dazu sagen, das ist hier sehr viel kleiner als da. Okay. Okay. Es war einmal in einem großen dunklen Wald, äh, ein armer Farmer, ein armer Bauer. Jetzt wird er da drüben lesen. Er lebte dort glücklich mit seinem Vater, seiner Frau und seinem Kind Anne. Okay. Ähm... Ohne dass die beiden... Ohne dass der Farmer und seine Frau es wussten, ist eine spezielle Fähigkeit, ähm... Ich weiß nicht, was bestowed... Verliehen worden, vergeben worden an ihr Kind und ihren Großvater. Sie wurden gesegnet mit einer Fähigkeit. Ähm... Wie auch immer, äh, der... Der hart arbeitende Mann, der war, hatte der Großvater das seltenst genutzt und konnte es deswegen gut verstecken. Okay. Eines, äh, in einem Jahr, als ob sie es verzaubert gewesen wäre, böse verzaubert gewesen wäre, sind alle ihre, ähm, crops verdorrt, ihre Ernte ist komplett verdorrt. Die Frau des Farmers, die Frau des Bauern hat geweint, ähm, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Entschlossen, etwas zu essen für sich und seine Familie zu finden, ähm, nahm der Farmer seinen Mut zusammen. Und ging in den dunklen Wald. Und ging in den dunklen Wald. Und tiefer, tiefer und weiter tiefer, bis, äh, am Ende die Dunkelheit ihn vollständig umhüllte. Als die Zeit, als die Zeit voranschritt, bekamen die, wuchsen die Sorgen der Familie. Und entgegen des Großvaters Wünsche und seiner Bitten, rannte die Frau hinter ihrem Mann her. Der Großvater ahnte, dass seine Fähigkeit Blinden von Nöten war. Und versuchte die Dunkelheit, äh, zu konfrontieren, die seine Familie befallen hat. Tiefer und tiefer still, okay, immer tiefer und immer tiefer. Der Großvater ging immer tiefer in den Wald. Vorsichtig in den dunklen Wald. Bis er zum Erschluss endlich eine böse alte Hexe traf. Okay, also die Hexe möchte die Farm stehlen und hat deswegen die Familie dahin gelockt. Okay, ängstlich wegen ihrer Zauber. In dem Fall wahrscheinlich eher Flüche. Der Großvater floh. Und als er rannte, nahm er all seine Kraft zusammen. Alles von seiner Kraft, was er zusammenbringen konnte. Aufbringen konnte. Ach, Karst, äh, und, ähm, formte eine Barriere über die, ähm, über die Farm. Oder vor der Farm. Die Hexe schrie und weinte. Ähm, also die, die, ähm, das Wehklagen der Hexe wurde durch das ganze Land getragen und verfluchte den alten Mann. Mit der Farm nun sicher. Vor der alten Hexe. Der Großvater, der Großvater, der Großvater kehrte nach Hause zurück zu seinem Großkind, zu seinem Enkel, zu seiner Enkelin Anna. Heine Güte. Ähm, das letzte, was von seiner Familie geblieben ist. Von diesem Tag an Großvater schwor das Mädchen zu beschützen. Ähm, niemals die Farm zu verlassen und niemals, äh, die Fähigkeit... And never for the... Ach Gott, ist das echt schwer zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg irgendwie die Buchstaben nicht realseinander. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr schnell ausgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr glaube ich nicht mehr als Nuss hat. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr wurde. Aber hier ist es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr als Nuss hinzugehen. So geht es nicht mehr so. Und jetzt mit, wenn man es noch in der Verقي Shipung in. Jetzt aber besser ich werde nur die Pfeile. Und ganz viel Zeit, genau das jetzt auch noch zueres. Never to leave the farm, also niemals die Farm zu verlassen und ähm... Test, bewitch, macht keinen Sinn. Lest... Lest... Tja... Es könnte ein L sein, ne? Gut, das würde dann Sinn machen. Lest... The Witch... Ability to... Okay... Also sie sollen die Fähigkeiten jemals nutzen, damit die Hexe, die darauf wartet, das zu stehlen, dann davon hinbekommt und ihnen die Farbe und die Fähigkeit stehlt. Okay... Sehr gut. Das ist süß, aber ich finde die Schriftart doof. Gut, dann... Wechseln wir mal gerade zum... Wo ist denn Anna's Quest da? Ja... Dann wechseln wir mal eben zu Anna's Quest selbst. Ähm... Also stimmt, ich muss die Spielaufnahme hier jetzt ändern. Das ist hier ein anderes Fenster. Der Anna's Quest. Okay. Jetzt. Ähm... Sprache... Machen wir mal Deutsch, würde ich sagen. Oh, gesprochene Sprache ist nur Englisch. Okay. Deadlick Entertainment. Ich liebe die alten Spiele von Deadlick. Anna's Quest. Neues Spiel. Sehr gerne. Mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Anna! 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 Da du bist. Anna, es ist bereits schmerz. Du kennst. Du kennst, wie ich fühle mich bei dir zu sein. Grandpa, ich bin gut. Ich war nur mit den Chorien auf dem Land. Oh, mein Lieber. Du musst so viel tun. Komm in, rein. Rest. Es ist gut, Grandpa. Ich mag helfen in der Stadt. Ich bin nicht so klein mehr, du kennst. Ja... Quite richtig. Quite richtig. Und ich dachte... Vielleicht... Vielleicht nächste Woche... Instead of you... ... ich kann gehen und verkaufen in der Stadt. Nein! Nein! Das ist für mich. Und für mich allein. Entschuldigung, mein Lieber. Es ist nur... ... die Dinge, die da sind. Ich versuche mir, dass du niemals nachdenkenst in diese Bäume. Ich versuche. Gut. Gut. Und wenn ich gehe, du musst immer wieder daran erinnern, wie nahe oder weit wir sind. In unseren Hörern wir unsere Familie. Plotwist. die Stoff machen... ... und wundere GOD. Die Blanche die JugendInnen war... ... und nicht so wrong. Die Wunderschöne werden... ... und zu spätig Film gesagt. Die Stadt und in den الكreisen Stadt sind. Untertitelung des ZDF, 2020 The Grandfather grew suddenly ill, yet he insisted Anna promise not to enter those woods. Her love for him was so strong that she could not, and at once set out on her ill-fated quest for a cure. The brave girl traveled cautiously into those woods, wary of all the stories her Grandfather had told her. Careful as she was, however, a wicked old witch, filled with the most evil of intent, followed her from dark and foggy shadow. The old woman snatched the girl away, and in the darkest corner of those cursed woods, she locked her in a great tower. The witch, you see, had plans for the girl, but the girl had an unwavering determination to save her beloved grandpa. Tragisch. Das Spiel schon so lange auf Halde liegen, jetzt möchte ich es auch wirklich machen. Ein kleines Experiment. Was ist denn das Experiment? Möchtest du nur das klicken? Oh, Grandpa. What have I gotten myself into? If... If only I'd have listened to you, then... No, I can't think like that. Grandpa needs me. I have to find a way to help him. That's it. I don't know how I'll do it, but no matter what, I have to find an escape. Anna. Ah! Did you say something before? Who were you talking to? Oh, uh, just talking to myself, I guess. Hmm. Well, stop it. It's weird. And come closer. I've told you a thousand times, I can't hear you properly over there. Anna wurde gebeten, näher zu kommen. Durch klicken auf irgendeinen Punkt auf dem Boden, kannst du Anna bewegen. Versuch mal. Ah, versuch mal. Bewege Anna näher an die Tür heran. Wenn ich vielleicht vorher aufziehen soll. So, Anna. Wie bist du heute Abend? Ist das eine Fangfrage? Ist das eine Schreckung? Question? You never care about how I am. That's nice. Now listen carefully. The time has finally come for your experiment. Ah. Exercise. Yes. Exercise. 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 See your nice red chair over there? I need you to go on and sit in it. Ähm, what exactly is this exercise? Just do as I say. Äh, that is to say, come along, dear. Nothing to be afraid of. Be a good girl. And sit in the chair now. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kinder. Anna soll sich auf einen Stuhl setzen. Um das zu bewerkstelligen, klicke ihn an und interagiere so mit dem Stuhl. Good. Very good. All right. Stay very still now, Anna. Now hop up, Anna. Quickly now. So tell me, do you feel different? Somehow different in your head, perhaps? Actually, yeah, I kind of do. I feel kind of, kind of, kind of sick. And dizzy. Those lights were really intense. Oh, curse you, child. That should have brought out your powers. Ähm. Meine, was? Äh, Kräfte? Wirklich? Sowas wie sich gleichzeitig den Kopf patschen und den Bauch reiben? Was für ein Käse? Tele-tele was? Äh, Tele-fünf. Gibt's, glaube ich. Gibt's ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ke-tele-ki-tele-kinase? Ähm. Ich komme nicht mehr mit. Ähm. All right. All right. All right. Go and pick up your spoon. Uh, no. That's okay. I'm not really that hungry. Nein, nicht, um es zu essen. Puck es auf, schau es raus und dann denkst du nichts, außer die Sponbindung. Gut? Komm schon, Kind. Das ist ziemlich schade, aber ich denke, dass die Wälder die Patience rauskommt. Ich hätte es besser, wie sie sagt. Um den Löffel aufzunehmen, musst du ihn erst einmal finden. Eine Hilfe, um interessante Objekte zu finden, ist die Hotspot-Taste. Nicht Tasse, was ich gerade sagen wollte. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehen. Halte hierzu die Mausrad-Taste oder die Leertaste gedrückt. Du solltest dir die Objekte ansehen, bevor du sie aufhebst. Probier mal mit einem Rechtsklick auf die Suppe mit dem Löffel und benutze dann den Ansehen-Befehl. Probiere mal mit einem Rechtsklick auf die Suppe mit dem Löffel und benutze den... Okay. Naja, kein richtiger Satz, aber das ist überhaupt nicht... Das funktioniert auch mit anderen Charakteren. Sollte eigentlich das Gegenteil sein. Ich meine, Hexen sind... Irgendwann vom Prinzip Alchemistinnen. Das hat viel mit Kochen zu tun. Aber hey... Ich meine, in der Kirche fressen es auch immer noch Bladen. Jetzt kannst du den Löffel einsammeln und benutze deine Primärinteraktionen und hebe ihn auf. Jeder Gegenstand, den du aufsammelst, wird im Inventar abgelegt. Auf das Inventar kannst du durch I oder Drehen des Mausrades zugreifen. Okay. Anna hat diese besondere Fähigkeit. Telekinese. Diese hilft ihr, entfernte Objekte zu benutzen oder zu manipulieren. Um Annas Telekinese zu aktivieren, benutze das Gehirn-Icon am unteren Rand des Bildschirms. Um die Telekinese auf den Löffel anzuwenden, aktiviere die Kraft und interagiere dann mit dem Löffel. Auch das können wir gerne tun. Okay, dann. Hier geht's nichts. Ich... Ich glaube nicht. Was? Was hast du gesagt? Was ist passiert? Ich... Ich... ...bent die Spoon? Ich... ...bent die Spoon? Wow! Kommt näher, Kind. Ich kann dich nicht hören. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich bete die Spoon. Schau es mir. Halt es an der Kamera. Anna kann einen Gegenstand in die Hand nehmen und dann mit anderen Objekten interagieren. Nimm den verbogenen Löffel durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, in den du ihn aus dem Inventar bewegst. Also dem Buch. Halt den Löffel in die Kamera, indem du sie mit dem Löffel anklickst. Schau? Schau! Ich habe wirklich gemacht. Ja. 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 Halt den Löffel, das ist mir. All MINE! Halt den Löffel! Halt den Löffel! Es gibt so viele Dinge, um zu vorbereiten. Anna, geh nicht irgendwo. Oh, aber es gibt nicht irgendwo, wo zu gehen. Ja, gute Frau, gute Frau. Oh, ho, 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 ho. Der Tag hat von mir verloren. Ich kann aber auch ein bisschen nicht einfach daran fühlen. Alles, was die Wälder planen, kann es nicht gut sein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ähm, hallo? Is someone there? Uh, hello? Ah! You can hear me? What is this? You can hear me. Oh boy, I wasn't sure if I'd be able to talk or not. Wow, that sure is a big relief. Is this another one of your tricks, witch? Anna? Oh no, shh. Anna, you gotta be quiet. Anna, who are you talking to? Oh no, oh no. Oh no, oh no. Oh no, oh no. What have I done? This is bad. I... I was talking to... Oh... No one. Just myself. Again. Anna, really. I wish you'd quit doing that already. You're distracting me. I'm not done. Hello? Who... Are you? Oh. I'm... I'm... Hmm... I'm... Bear? No, wait. That's not right. Ben... Ben? Burn? 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 Oh wait, yes! It's... Ben! It's Ben! Wow! I remember it! You... Have trouble remembering things? Oh yeah. Everything from before. I wasn't always like... This. What were you so worried about? Oh, Anna. This is bad. Warum? Was ist sie planen? Ich bin nicht sicher, aber es ist schlecht. Es ist sehr schlecht. Schau mal, was sie für mich getan hat. Und mit dieser Kraft von dir möchte sie es von dir nehmen. Ich bin sicher davon. Was meinst du mit nicht immer so? Ich bin wirklich wie du, Anna. Du bist eine Frau? Nein! Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich war ein Mädchen, als die alte Frau mich hierher gebracht hat. Also die Hexe, hat sie das mit dir gemacht? Sie hat dich in ein Teddybeer? Ja. Ich denke, dass etwas falsch ist. Sie schriegte und sagte, dass die Hexe dreckig war. Und ich war so Angst. Also ich saß hier und versuchte, dass ich so still und kalt als möglich war. Gee, Ben. Das ist verrückt. Ich bin sorry. Dann lass uns weg. Wie lange bist du schon hier? Wie lange hast du hier gewesen? Oh, ich bin... Ich bin nicht wirklich sicher, aber... Es fühlt sich sicher wie eine lange Zeit. Eine sehr, sehr lange Zeit. Ich sage dir, ich war so glücklich, als du kam, Anna. Endlich ein Freund. Ben, bist du... Habt ihr gesagt, dass du wegkriegst? Shhh. Nicht so laut. Okay. Schon gut, Ben. Ich werde hier verschwinden und lasse dich hier. Es ist okay, Ben. Ich werde wegkriegen. Well, wir werden wegkriegen. Ich nehme dich mit mir. Ah! Ich wusste es, Anna. Ich wusste es. Oh, aber ähm... Wie werden wir wegkriegen, Anna? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher, Anna. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Oh, ja. Ich habe das gesehen. Das ist unglaublich. Du bist so clever. Ja. Ich denke, ich kann jetzt mit Sponsen, aber es scheint nicht so stark genug zu tun. Wenn ich diese Maschine wieder probiere, vielleicht kann ich es stärker und... Oh, nein, Anna. Du kannst nicht. Es ist zu gefährlich. Es ist alles in Kabel. Und Licht. Und... Und... Und Maschine-Things. Okay. 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 Let me think about this. That blue light in the headgear-Thing. That's what seemed to bring this telekinesis out. So then... Perhaps there's a way of removing that from the rest of the machine. Or perhaps there's a way of controlling it from in here? Oh, Anna. You really are so smart. Uh, but... So... How are you going to do that, Anna? I'll... Figure it out. Ihr Gehirn besteht halt nicht aus Füllwatte. Okay. Also, um zu entkommen muss ich. Ich werde nach einem anderen Ausweg suchen. Ich werde nach einem Ausweg suchen. So to escape, I need to... Find out if there's a way to control the machine from here? Yeah. Or at least make that blue light thing happen again. Sounds so simple. Okay. I'm going to keep looking for a way out. Oh, this is so exciting! Jetzt kann Anna den Raum erkunden. Wenn weitere Spielelemente eingeführt werden, bekommst du eine Benachrichtigung. So, gucken wir mal in die Kiste. The witch tells me, she'll unlock it when I complete her exercises. I don't really care about toys, though. I just want to see Grandpa again. Hmm. All these stuffed animals are so adorable. I'm sure the old witch hates them for that very reason. Ach. Oh, this is such a sketchy. A rubber ball. Hours of fun. The exploring is fun. What a sad looking thing. All flat and lumpy. I barely get any sleep on it. I could be wrong, but I have a feeling the witch made that mattress out of wood. Every morning I wake up with splinters. Okay. Grandpa would never let me have something this sharp. I guess the witch doesn't have much care for children and safety. What? I don't mean to be ungrateful, but I think I saw it moving earlier. Hmm. Mal Sachen. I have to say, these are pretty fun. The witch did alright with these. I'll just- Nope. I think I'll leave the rest there. Okay. It's- It's escaping time. Okay. No, not yet. Okay. Okay. Nope. Still locked. I don't think this power thing is strong enough. Okay. Yeah. That could work. Come here. Now I have a perfect half circle of rubber. thing. That doesn't need to be yellow. Hmm. Halber ball. Let's see. Most of these things here are just lights, but on the bottom half there seems to be more buttons and controls kind of stuff. They're protected by some kind of cover though. Hmm. That means the witch didn't want me using them. I'm taking this as a good sign. So I don't know, I don't know. Can you buy some of them? okay. What are they talking about? Das Ding war da, bevor ich hier sogar gekommen bin. Es freut mich wirklich aus. Das Ding... Ich will nicht anfangen, es zu sprechen und zu Leben zu kommen. Das muss nicht gelbe sein. Ich weiß nicht wirklich, was es ist oder was es macht. Ich denke, das ist eine sehr gute Grund, nicht zu bemerken. Ich will sehen, ob ich das benutzen kann, aber nicht so. Ich will sehen, ob ich diese Maschine für mich erst kontrollieren kann. Ja. Okay, kann ich mit dem Einhorn hohen? Das ist sicher, dass es so gut ist, um die Koffer zu kommen und es zu spüren. Mal schauen, es ist... Ah, der Unicorns Horn! Es wurde all geblendet und broken. Ich glaube, ich nicht mehr brauchen. Okay, ich sehe hier... Buttons, Buttons, Buttons. None of them seem to have any indication about what they are or what they do. Hmm, uh, fingers crossed, I guess. Uh. Anna? Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. But look, Ben. That bit there. That's the glowing bit. Those blue light bits seem to be glowing more now that it's disconnected, too. So, maybe if I try it now... Ah, Anna, that sounds good. About it glowing and everything. But I'm not so sure you should pick that up. It does seem rather... sparky, doesn't it? Hmm. Maybe there's something I can use to pick it up safely, though. Ah, yes. This rubber should make it safe to pick up. I... hope... You know, he tells me not to ever do something as crazy as this. If it means getting back to him, though, I have to try. Here goes nothing, I suppose. Oh, my head. I feel like my brain just turned upside down. Anna? Are you all right? Did it work? Anna? What was that light just then? Uh... you see? What are you doing in there, child? I was just... What do I say? Anna, don't you turn your back on me? I don't know what you're up to in there. But remember this. I... I'm watching you. I can assure you, little girl, whatever you are up to, you will regret it. Anna, what is that you are doing? Oh, that... that's nothing. I'm just... uh... playing. Hmm. Well, remember. I have my eye on you. Okay. This isn't working. I need to distract her away from seeing me somehow. Keine gute Idee, aber... I'm a really bad throw. I'm sure I'll miss. The old witch would surely come up here in a rage. No, there has to be another way. I might rage. I'm not sure what they're made of, but they feel so nice. No, they're stuck on pretty well, but wow, do they feel soft and smooth. I could cut off some of the curtain, but I'm right under the camera, and the old witch would surely come up here in a rage. Not now. Not now. Na gut. Da war nisch, das ist die Tür, mal Sachen haben wir aufgesammelt, da ist die Suppe. Blah, oh, thanks. I don't mean to be ungrateful, but I think I saw it moving earlier. Oh, there's something written on the non-toxic, made from paraffin, wax, and pigment. That's it. If I can tamper with the speaker, maybe gently move the camera, then she might not be able to see or hear me escape. Alright. Here goes nothing. That was not gently. Uh-oh. That was a little more than I intended. Oh no, oh no, oh no! She's gonna be so mad at us, Anna. This time, Ben, you're very right about that. I think I see her now. She's coming, Anna, she's coming! It's too late to worry about her now. We have to get out of here, quick! Oh yes, Anna, your power! Hurry! No time for that. We've got to get out of here. Hmm. Locked. No time for... Okay, endlich, die Tür ist offen und Anna kann erkommen. Du kannst den Raum verlassen, indem du auf die Ausgangspfeile klickst. Um eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Jetzt weißt du alles, um Anna heil durch ihr Abenteuer zu bringen. Viel Spaß beim Spielen. Alright, es ist Zeit, Ben. Ähm, do you need some help, getting up? Oh no, 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 I can do this. Um, oh dear. That's it, Ben. You've got it. Oh boy, I did it! I really did! Okay. Okay, quick, we need to see if you can walk so we can get going. Oh yes, let me see. Well, there you go. You really did it. Alright, Grandpa. I'm coming. Grandpa. Meisterausbrecher als, ähm, Achievement bekommen. Okay, da oben sitzt eine Maus. Äh, hatte. Zeit für das. Wir müssen hier rauskommen. Ja. Eine Haute. Ich wundere, ob die Kirche es für irgendwelche von ihren Spellen benutzt. Was nehmen? Na gut. Wahrscheinlich kommen wir nochmal zurück. Ah! Ah! Oh. Oh, je, je. Es ist nur ein Schild. Was machst du, Ben? Ich schiebe. Es ist auch schade. Es ist auch schade. Was? Jetzt? Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht. Der große Ausbruch, Part 2. Der große Ausbruch, Part 2. Der große Ausbruch, Part 2. Alles klar. Kannst du dir die Spüle nehmen? No, the sink drain is too small to put my hand in. Wait, I think I can see something down inside the sink's drain. I think it's... It's... Ew. It's just some old soggy hair. Must be the witches. Gross. Well, although that might get the hair out, it also might flood the building, which wouldn't be very helpful. Okay. Yes, I'll find the next fighter. Oh dear. I think it broke off after I blew up the speaker. Hi, uh, Mr. Rat. Do you think you could drop me down that key of yours? I'm not sure I'm going to get very far doing this. I don't want to hurt the poor guy. No, I refuse to hurt anyone else for my own sake. Du sollst auch nicht der Ratte wehtun. Du sollst das... Ne. I'm not about to just start throwing stuff at him. I don't think my power will help me here. I don't know. Oh, okay. That seems kind of dangerous. Erkunden wir erstmal weiter. Once upon a time, that might have been an interesting conversation. These days, though, I think that conversation would be a little one-sided. Oh my. Poor, poor fellow. The witch is evil, knows no bounds. Hey, little kitty. Do you think I can have a look at that necklace of yours? I'll take that as a no then, huh? Aw. Your guy looks tired. Has the mean old witch not given you a bed, huh? Ah. Okay, die Schubladen sind abgeschlossen. Something really important must be behind here. Ein Abfluss. This seems to be here for the person chained up. Why it's there, though, and what it's draining. I do not want to know. Whatever it is, though, it's left a lot of smelly mold on the inside of the drain. Open this door right now. Is there not a word? There's a section of pipe here that looks pretty loose. I could probably take this off to try and get that hair out. But why would I want the witch's wet, soggy hair? How eerie. Typical witch decoration, though. It's too far away. I can't reach. Once upon a time. These days, though. Curse you, Anna. Yep. Anna. Hello? Is... Is someone there? Anna. 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 Over here! Ah! Wait, wait, wait. I'm sorry. Please, just... Hold on a second. Okay, look. Why don't you hold on a second? So far, I've been kidnapped, experimented on, talked to by a giant teddy bear, and now I'm being haunted? No, 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 no. I mean... I didn't mean to scare you, you see. I just... I couldn't help but hear what happened with you and Winfrieda earlier, and... And, well... I think I can help you. Winfrieda. Okay. Yes, help you, you know, escape. But, well, if you don't want me around, then, you know... Wait, I'm sorry. Please come back. You have to understand. And... I've never seen a... a ghost before. It's okay. It's been a while since I've seen a living person too. The name's Yoringel. Pleased to meet you, Anna. Yoringel? Das war doch ein Märchen. Das kommt mir so bekannt vor. Oh, das kommt mir super bekannt vor. Oh, das kommt mir super bekannt vor. Und wer ist Winfrieda? Körse dich, Anna! Ähm... Also weiß... Also du weißt, wie ich von hier entkommen kann? Und wer ist Winfrieda? Und warum bist du hier? Who's Winfrieda? Is that what the old witch's name is? Winnie. Well, that's what we all called her. Yes. Me and Winnie go a long way back. Well, back to our days in school, actually. School? Really? The Valked School of Witchcraft. Winnie, myself and my wife Yorinde. We all attended. Oh, when we were all still kids. Hm, Yorinde und Joringel, genau. Ne. Ayye. Warum bist du hier? Warum bist du hier? I... I came here looking for my wife. Yorinde. Oh. She went out to the market one day and never returned. When I went looking, a man on the path mentioned seeing someone. An old woman dragging a... A large sack here into these woods. Oh my. Yorinde, that's horrible. I searched the woods high and low, but found nothing. Eventually, I was attacked. I blacked out. When I came to, I was... Well, here. Chained to this wall. I'm so sorry, Yorinde. Grandpa would warn me about bad people. But this... I never imagined. Well, your grandpa is right, Anna. It's a dangerous world. You shouldn't trust too many people out here. Okay. Okay. Ähm. Ihr seid auf dieselbe Schule gegangen, aber sie ist so... Alt. Ja, die braucht schon eine Weile hier. Komm mit mir, Yoringel. Ähm. Okay. Ihr seid auf die Schule gegangen? Aber... Sie ist so alt. Du weißt, Winnie sollte nur ein paar Jahre älter sein als ich. I'm not twice my age, like, uh, heh, like she seems to be. I don't understand. What could have happened to her? I really can't say. A spell gone wrong, maybe? Who knows? I left the school a long time ago. With Yorinde, you see. One day, Yorinde had it in her head that she wanted to leave. I don't know why. Also, du weißt, wie ich von hier entkommen kann. So, du sagst, du kennst, wie du eskriegst? Oh, ja, ähm, es ist ziemlich einfach, wirklich. Es gibt einen secreten Passageweg, du siehst. Die Entrance, der in diesem ganzen Raum ist. Es gibt einen Button, um die Passageweg zu öffnen, die hinter dem Schildschild gehalten hat. Oh, wow. Das ist großartig. Okay. Nimm den Kopf mit. Ich erinnere mich aber leider überhaupt nicht mehr an das Märchen von den beiden. So, die Katze braucht ein weiches Bett. Zur Ratte kommen wir gerade noch nicht durch. So, wie kann ich denn... Kann ich denn... Ah. Okay. Okay. Let's try this now. Okay. 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 I'm not really familiar with this kind of stuff, but any light going in one end seems to come out, seems to come out more focused on the other. Okay. 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 Oh, that's a bit disappointing. It's just an old recording hearing which doesn't seem to work. Oh well. Ein kaputter Recorder. Ich denke, ich werde das Wissen respektieren. Nein, funktioniert nicht. Hallo Anna, wie geht es dir? Ich habe jemanden zu helfen. Mein Name ist Jaringo und er weiß ein secret Weg raus. Ich war gerade nach der Strecke, als er plötzlich kam und mir erzählt. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Aber Anna, was hast du gesagt, dass er plötzlich kam? Du siehst, er ist ein ghost. Oh. Aber es ist okay, Ben. Es ist okay. Hey, er ist ein guter Ghost. Und er ist auf der Strecke. Er wird dich nicht beschäftigen, ich versuche es. Oh, okay. Ja, das ist gut. Also, irgendwelche Ideen? Well, um... Couldn't we just kinda... Explode the wall away? And just run for it? Run for our lives? Um... Ben, I... I'm not sure that's the best idea. I don't think it's exactly strong enough to just blow away walls. Oh. And if the witch sees us escaping, we're done for. I think if we're going to get away from here, we need to be more careful. Find some way that's quiet, without her noticing us. Okay. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. I think... I think I've done enough damage to it. Even if I did break the window open, it's still a long, long way down. On top of that, the witch is right outside and would surely hear. Okay. Um... No, thanks. I'll leave that there. There's a bunch of hair. Must be the witch. Yeah. Gross. Brief beschwil. Maybe I should try something else. Hmm. Hmm... I think I'll leave that bee. I'm not very sure... ...what exactly is to do. That sure is a long piece of string. Nope. Doesn't work. Open this drawer right now. Alright, kitty. Nap time. No? Not interested? I think I have the right idea. Mm-hmm. Only, maybe it just isn't inviting enough for him yet. Curse you, Anna! This... Hmm... Maybe not here. Hmm... No. Uh... Nah. I don't think that will help. No. Telekinesis. Open this drawer right now. There's a section of pipe I could probably, but... No. 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 I don't think that will help. Open this drawer right now. No. No. I'll just leave it as it is. Curse you, Anna! Wenn ich das Fenster kaputt mache, kann ich ihr dann was auf den Kopf werfen? Kann nur so ein bisschen... ...bisschen ratlos. Das ist das... Oh, Moment. Der Lautsprecher ist kaputt, ne? Aber was genau können wir jetzt damit machen? Okay. Daisy, Daisy, give me your answer, do. Heh, that was fun. I think I best get back to escaping now. Do these things work together? I don't know if they do. I won't help repair this... Do these things work together? I don't know if they do. Also, die grünen sind fertig nutzbare Objekte. Alles klar. Die hier scheinbar so in der Art noch nicht. Was genau können wir jetzt damit aufnehmen? Hm. I'm not about to just start throwing stuff at him. Hm, I think... Hm. No, my telekinesis won't work here. Well, although it also might flood the building. Die kommen wir da uns hin, ne? Okay. Open the door right now. Oh, wow. You're in, girl? Are you there? Hi again, Anna. Okay, ich würde mich dann... I better get back to looking around. Try and find this rat and get the key back. All right, Anna. I'll be here if you need anything. Open this door right now. Na gut. Hm. Wird noch irgendwas übersehen? Wir haben die Vorhänge. I've already done that. Ja. No, he's too cute. I like him how he is. Hm. Wir haben das Bett noch. I should try something else. My telekinesis won't work here. Die Suppe. Brauchen wir alles nicht. Was müsste denn gelb gefärbt werden? Ich glaube, ich habe genug gemacht. Das Bett noch nicht. Ich will nicht die Schreckengen. Ich will nicht, der Schreckengen. Ich verurste mich nicht, auch jemanden aus meiner eigenen Beziehung. Die Spüle. Was können wir mit dem Kissen machen? Wie kriege ich denn das Kissen bequemer? Das wäre Spaß, aber nein, ich sollte einen Weg finden. Fokus, Anna, fokus! Ich denke, Mr. Unicorn ist... Hmm... Er ist sehr schön, aber ich denke, ich werde ihn wo er ist. Er ist sehr... Oh, Mr. Unicorn... Ich bin ehrlich gesagt, wirklich... Aber ich muss nur diese letzte Sache machen. Oh, liebe... Ich hoffe, dass das Kissen es wert ist. Puh, Puh, Mr. Unicorn. Können wir ja reparieren. Oh, wow! Das sieht so viel kompfer! Warum habe ich das nicht vorhin gedacht? Ich denke, ich habe mich mit diesem Kissen gemacht. Wie geht's? Äh, gut überstanden, die Arbeit? Okay. So, mal gucken, ob das jetzt klappt. All right, Kitty. Nap time! Oh! Oh! How cute! Ja. Ja. Okay. Ah, alles klar. Ja, wenn's gut gelaufen ist, dann ist ja wenigstens etwas. Ich hoffe, dass du nicht zu lange draußen stehst. Das ist ja noch sehr, sehr ungemütlich. So, was haben wir jetzt hier? Einen Diamanten. Ja, das macht keinen Sinn, ne? Äh... Wir haben einen Diamant gekriegt. Wir haben das jetzt abgeschlossen. Das stimmt. Wenn man eine Antwort sicher hat, dann ist das immer genial. Ich bin nicht bereit, einfach zu beginnen. Oh. Moment. Ähm... Ich bin nicht sicher, was... Okay. Er hätte sein können, dass das was für das Bullshit-Bingo ist. Hier oben fällt Licht rein. Was denn? Okay. Was denn? Okay. Ich würde die Witch mit dem, wenn ich es wollte. Aber ich bin nicht sicher, warum ich jetzt jetzt würde. Okay. Äh... Hexenhut. Ich glaube nicht, dass diese zwei wirklich zusammenkommen. Öffne die Tür jetzt! Ich bin mir nicht sicher... Was ich mach so. Hehehe. Hehehe. Es gibt hier eine Sektion von Pfeil, die ziemlich lecker sieht. Ich könnte wahrscheinlich das ausziehen, um das Haar auszutzen zu bekommen. Aber... Warum würde ich die Witch's wette, sogge Haar wollen? Ich weiß es nicht. Körse dich, Anna! Ich weiß allerdings auch nicht genau, was wir jetzt mit einem Diamanten machen sollen. Vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Körse dich, Anna! Ja... Ja... Also... Sind Sie da? Hi wieder, Anna! Hm... Äh... Ja, ja. Okay. Äh... Wir haben hier den Abfluss frei. Ja... Ja... Ja, ja. Ähm... Aber sie macht auch hier nichts. Ähm... Ähm... Auch gerade nichts. Wir müssen hier diesen Schlüssel kriegen. Ich kann hier aber nichts machen. Was denn? Hm? 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 Hm... Ja... Ja... Tja... Das ist eine gute Frage. Ich... Vielleicht für die Haare. Vielleicht für die Haare. Ja... Aber... Sie will die Haare noch nicht aus dem Abfluss rausholen. So, mit dem Regal hier kann ich auch erstmal Mist machen. Und mit dem Briefbeschwerer auch nicht. Äh... Aufnehmen willst du noch nicht? Die Farbe brauchst du noch nirgends? Äh... Nein... Nein... Das funktioniert nicht. Den Hexenhut brauchen wir glaube ich später. Hm... Vielleicht nicht hier. Eben hatte ich einfach nur mal was übersehen gehabt, aber... Beispielsweise das. Das funktioniert nicht. Okay, Taps funktioniert. Äh... Wenn das funktioniert... Hm... Ich weiß nicht. Das scheint ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht. Ah ja, okay. Hm... Es ist hier eine Sektion der Pfeil hier, die sieht ziemlich los. Ich könnte wahrscheinlich das ausziehen, um das Haare auszutreten. Aber... Warum würde ich die Wäsche's weise, weise, weise Haare? So, ist hier noch irgendwas, was ich übersehen hab? Der Teppich, da macht sie nichts weiter außer... Ja, dann legt sie ihn wieder drüber. Das bringt mir nix. Hier war nix mehr drin, die haben wir leer. Da ist der Geheimgang. Was müssen wir mit ihr reden? Ah, hello. You... Open this door right now. Well... I would like to. It's just... Just nothing. Open it now, child. Well... There were some things I wanted to ask you. And it's just that you seem a little... angry at the moment, too. Oh... Oh... Oh, me? No... 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 I'm not angry. I'm just... ... concerned. Oh... Concerned. Yes, concerned. Yes, concerned. Let's make a deal first. What? What deal? If I open this door, then you have to let me go without using any magic on me. Yes, yes. Of course. Open the door, child. Come on. I don't know. I don't think you're telling the truth. Open this door right now. Oh... I swear, child. You will pay me. Don't tell you, good friend. Once I'm done with you, I'll pick your limb from limb and eat here for dinner. Wow... Eat me? Oh... Oh... Did I say eat? No... I didn't mean eat. I... Hmm... Now I'm definitely not opening the door. Just... 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 That's what you want? Well, come on then. Why do you need to keep me here? Why do you need me to do this tele... ...kin... Telekinesis? Yeah. I mean... You already have your spells and magic. Pah... Ignorant fool. Huh? Well, it's become... Oh... Company. Yes... Company. It gets lonely around here. Yeah, naturally. Or something good, rather. But... You hate my company. Well, it's none of your business. Ah... Since I'm trapped here... It... Kind of is... Ähm... Das is ihr ehemaliger Schulkamerad. Ja, sie möchte Company haben. Alles klar. Warum hast du denn man hier eigentlich gesagt? Why do you have a man, who has changed up in here? What? What are you talking about? There's a man, who changed the wall in this room. He's been here a while, by the looks of it. Yep. Ooh... Him... Yes... Ah... Him... They both had it coming. Up to no good, neither of them. You're one to talk. Hm... I'm growing tired of talking. That's enough talking for now. Then open the door. Uh... Let me think about it. Ugh. Mhm. Die Haut ist schon gegangen, er ist nur noch Knochen. Alles klar. Look how cute he is. All sleepy like that. So, wir hatten mit ihr jetzt geredet. I was lucky enough to lock the door on the witch. I can hear her still trying to get in on the other side too. No. Well... I'm going to have to find a different way out, I think. Juringil? Are you there? Hi again, Anna. I better get back, I'll find... Alright, Anna. Das hat uns erstaunlich wenig gebracht mit der Hexe zu reden. Oder sagt sie jetzt nochmal was anderes? Hello again. You... 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 Right now. I'm not so sure that's a good idea. I know you said you're not angry, but... I'm pretty sure you are. Open this door right now. I swear, child, you will pay. Oh, how you will pay. Once I'm done with you, I'll pick your limb from little... Ja, ja, das hatten wir schon. Wow. Oh, no. Now I'm... Let's... Talk. Well, come on. That's enough. Then... Uh... Tja... Das gibt nichts. Das gibt nichts. Ja. Ja. Maybe I should try something else. Haaa... Hi, Ben. Hallo, Anna. How are you? Ben, what if we can't get away? In the end... We might not be able to escape the witch. Yeah, I did think about that. I just would feel bad for you. With your grandpa and all. Your grandpa was sick? Yeah. I don't even know what it is. It was so strange. One day he was perfectly fine. He was even working with the crops. Then the next morning he just... Couldn't get up. Oh my... I'm so sorry, Anna. We'll find a way out. And find a cure. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. Even if I did break the window open, It's still a long, long way down. On top of that. The witch is right outside and we're surely here. That doesn't need to be yellow. Wow. Die haben wir schon gesammelt. Mit dem Bett können wir nix machen. I could be wrong. But I have a feeling the witch made that mattress out of wood. Every morning I wake up with splinters. I'll just leave it as it is. I'll just leave it as it is. That wouldn't be useful, I think. Hmm. Hmm. Honestly, even if I could... Um... No thanks. I'll leave that there. Poison? What's that doing there? More importantly... What's it doing there next to my dishes? I really have to get out of this place. Curse you, Anna! That wouldn't be useful, I think. Ich bin halt verwirrt. Das... Hmm. Open this door right now. I might damage his spirit or something. I better leave it be. Open this door right now. Let's see if we can force this open. Hmm... Hmm... It didn't seem to do anything. I don't know. The witch has some pretty strong spells. Besides... Grandpa always told me fighting didn't solve anything. I don't think that's a good idea. Even if I could get all the way up and through the window... The witch is... No. Curse you, Anna! Da passiert nichts. Juringel... Hatte Angst, dass sie ihn beschädigt. No way! I don't want to be too... Telekinesis isn't really needed here. I don't know. I don't know. I'll try to just try wild to combine everything together. My telekinesis... Even if I did... On top of that... No. Yeah. I think I've done enough... I don't know. I don't really know what it is or what it does. No, I could... Grandpa always wore it. I think I'll... Hmm... Hmm... Suppengas brauchen. Okay. Haben wir zumindest ein Achievement gekriegt. I should try using... Using it here is a little... Huh. On this? Hmm... I'm not sure about that. Hmm... I think I'll... No, that didn't... Hmm... Das mit der Farbe, aber es bringt halt gar nichts. Hmm... 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 Das Gefühl, wir müssten irgendwas triggern. Aber ich weiß nicht was. Dass wir sie draußen machen, da fehlt uns scheinbar irgendwas. Ich bin nicht sicher, was gut das tun würde. Nein, nein, das funktioniert nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Öffne diese Tür jetzt. Öffne diese Tür jetzt. Öffne diese Tür jetzt. Wir haben den Hexenhut. Den Hexenhut brauchen wir für irgendein Ritual. Ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich diese beiden Sachen. Die Tür ist schwer, als es aussieht. Wow, das ist so schön. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass diese Sachen vorhanden sind. Sie müssen viel Geld sein. So es könnte mir helfen, eine Medizin für Grandpa zu finden. Nein. Öffne diese Tür jetzt. Das hat ein bisschen einen Haken, wenn es so ist. Das wird perfekt sein, um etwas zu holen. Was könnte denn Out of Reach sein? Ich sollte etwas anderes probieren. Äh, nein. Ich glaube, das wird nicht helfen. Curse du, Anna! Das wird nicht funktionieren. Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Da fehlt noch etwas dran, deswegen ist das noch nicht grün, glaube ich. Nein. Das funktioniert nicht. Nein. Vielleicht ein Stock oder sowas. Ich glaube nicht, dass diese... Hm... Diese beiden? Ich... Hm... Was ist das eigentlich? Ah! Das ist Hauptmenü... Äh... Monil? Hauptmenü. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal einmal ganz eben... Huch! Was ist denn mit dir passiert? Äh... Äh... So... 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 Ja... Äh... Ja... Ja... So... Vielen Dank. 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 No. No. Hier oben ist auch nichts mehr. Bei der Ratte will sie es nicht probieren. Ja, das wäre auch merkwürdig. Wir können es nicht da rablassen. Die Punkte sind rot scheinbar, wenn es abgeschlossen ist. Ja, alles klar. Ja, wir sehen uns morgen Abend dann vielleicht zum Mini-Stream, wenn du Lust hast. Dann siehst du die Figur auch und ich wünsche dir erstmal einen entspannten Resttag. Danke fürs Vorbeischauen, hat mich sehr gefreut. So, jetzt versuche ich erstmal hier... Hm. 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 Ja. 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 Wir haben Items, mit denen ich gefühlt erstmal nichts groß anfangen kann. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Ich sollte etwas probieren. Hm. Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist es... Hm. Nein. 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 Das hat nicht funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Nein. Das wird nicht funktionieren. Äh. Hm. 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 Ich werde es einfach verlassen. Hm. 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 Sind diese Dinge zusammengearbeitet? Vielleicht sollte ich... Hm. 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 Ist auch Quatsch eigentlich. Hm. Ich denke, dass... Ich bin nicht sicher, was gut... Ich denke, dass... Das wird nicht funktionieren. Ja. Wir müssen die Hexe wahrscheinlich aufnehmen, wenn sie einen Zauber rezitiert. Und brauchen dann den Hexenhut dafür, um das Ritual durchzuführen. Das denke ich mir. Ich verstehe es. Es ist richtig. Geht es jetzt. Ich soll das mal wissen. Öffne die Hexhut. Ich denke, ich nehme... Das ist echt okay. Das ist Grund, jetzt. Ich denke, ich bin einfach mal... Ich denke, ich muss... Die Ringel hat nichts mehr zu sagen. Erstmal. Die Ringel hat nichts mehr zu sagen. Die Ringel hat nichts mehr zu sagen. Hm. Viel witzig. Äh, schon wieder fast 2 Stunden. Die Ringel hat nichts mehr zu sagen. Wieso will ich das aber wissen, Mensch? Öffne die Tür jetzt. Die Katze ist abgeschlossen. Die haben wir leer, die Schubladen. Die Tür kriegen wir nicht auf. Bei dem Fenster weiß ich nicht, ob wir noch was machen können. Der Abfluss. Ja, 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 ja. Hm. Oh, dear. Ich denke, es hat sich auf, nachdem ich die Sprecher zerbisschen. Ich weiß nicht. Das scheint ziemlich gefährlich. Es ist eine Menge Haare. Da muss ich die... Gross. Ich bin nicht über... Ja. Verdammt. Was machen? Was tun? Sprachzois. Wurde. I will. I will. For this not to be. Wurde. Die, die. Die, die. Die, die. Die, die. Die, die. Die, ich glaube. Die, die die, der Rundling wird. Ich glaube, ich habe genug Schmerz gemacht. Nein. Ich glaube, ich habe... Es scheint nicht zu... Einhorn, Puppe... Das ist alles leer, alles schon abgefranst. Es ist nur noch das Regal hier, mit dem wir noch gar nichts machen konnten, die Ratte. Das ist... Es ist! Er hat eine Karte. Es sieht aus, wie die Rangel ist. Aber wie kann ich es von hierher kommen? Ich bin nicht nur zu Beginn. Können wir tauschen? Das ist ein Pfeil von der Strecke auf der Strecke. Hier ist ein Pfeil von der Strecke. Es sieht ziemlich gut aus. Es ist alt, aus und ziemlich schrecklich. Pretty much was man von der Witche. Poor Euringel. Der Witche kennt keine Ahnung. Das ist ein Bild von der Witche. Das ist ein Bild von der Witche. Noch irgendwas, was wir da haben. Körse dich, Anna! Das scheint hier zu sein, für die Person, die gebrochen sind. Warum ist es da, und was... Was auch immer es ist, hat es viel schmutzige Molde auf der Insel des Drain. Ich war Glück genug, die Tür auf der Witch zu locken. Ich kann sie auch hören, sie versuchen, auf der anderen Seite zu kommen. Ja. Okay, dann haben wir uns hier alles angeguckt. Okay. Ja. Ja. Ich denke, das ist hier, um die Dämonen zu machen. So far, doch. Es scheint, dass jeder Dämonen, die ich benutze, ist einfach da. Poison? Was ist das da? Und mehr importantly, was ist das da neben meinen Dämonen? Ich muss wirklich rauskommen. Es ist ein Bunches... Muss die Wä... Gross. Was tut da? Oh, dear. Ich denke, es hat sich ausgelöst, nachdem ich den Sprecher ausgelöst habe. Machen wir aber schon. All diese stuffed animals... I'm sure the old... It's empty now. I could be wrong. Every more... That thing just keeps going and going. I have no idea what it means, but it's very... Hypnotic. I think I've seen enough of that. It is a very comfy chair. I would use it more if it wasn't for the scary looking machine hanging above it. I think I've seen enough of that machine. Hmm. That's Ben. Poor guy. He's been here even longer than me. That thing was there before I even got here. It really, really freaks me out. I think Mr. Unicorn has had enough for one day. I have to say, these are pretty fun. Tja. So, jetzt haben wir uns die Sachen angeschaut. Grandpa would never let me have... I guess the witch doesn't have much care for children. Jetzt hat man schon. I'm not really familiar with this kind of stuff, but any light going in... Gee. Ja, das brauchen wir oben unten, dieses Schimmel da aus dem Ding rauszukriegen, bin ich mir sicher. Ja. 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 I don't know. I don't think my power will work on this. On this? Using it. Hm. It doesn't... I don't think... No. I don't want... I don't want... Grandpa, I think I'll respect... ...gut. Was habe denn noch nicht probiert? Also, sie will die Haare von der Hexe dann noch nicht rausholen. Er... Curse you, Anna! I have the diamond from the collar. That's all I need. I think I'll just let him nap now. I... ...wurr... Gross. Ja. Ich denke, ich brauche noch mehr Mold, danke. Da ist ein Teil, ich könnte, aber... Curse you, Anna! Ich glaube, das könnte funktionieren, nur, vielleicht sieht es noch nicht aus wie Cheese. Ich habe doch keine Ahnung, wie oft unten auf den Abfluss schon droppen. Egal. Herr Ratt, ein paar, äh, leckeres, leckeres Cheese. Bereit? Yay! Ich habe es endlich geschafft! Ein Schlauch? Warte, wo ist die Handel? Ihr Ingell? Are you there? Ihr Ingell, I thought you said the button was behind the painting. Well, yes, but, but, uh, the button is there, I, I swear. It's just, well, it's inside the safe. It's simple, don't worry. I've watched Winfrieda open it a hundred times. Yeah. The large hole is for a diamond-shaped key she uses. Yeah. She keeps it on the cat's collar for safekeeping. That's great news. I already managed to get that. And, uh, one other small thing. There's, um, two locks on the safe, you see? Uh, you just, uh, need, um, Winfrieda's voice. Yeah. Yuringo? How am I going to do that? You'll figure something out, Anna. I'm sure you will. He did. He can help you. All right. Thanks, Yuringo. I'll go try and open this safe, I guess. All right, Anna. I'll be here if you need anything. Okay, uh, the diamant. Okay. Looks like that worked. I think I'll hang on to this diamond, too. Could come in handy. Sick. Actually, maybe a recording of it could work. What then? So, uh, how's the weather out there? What? How dare you? You just wait, child. You'll regret this. Oh, you will regret this. Yep. That should do it. This is fun. Much buzz. Finally! It's... Stuff. Let's see here. An amulet. Some blueprints of some sort. And, uh... Book of witchcraft. It's full of spells. Oh, what's this? A portrait? This is a little unusual. It's a family portrait, but who's family? And why does the witch have it locked away? The lady looks a bit like the old witch. Only... Different. I wonder if it's... A relative of some sort, maybe? The corner's been ripped out, too. Yep. Another person was in this picture before. I guess the witch didn't want them in there. I don't know what the witch is up to, but I'm going to hold on to this. These people may be in danger. If I ever find them, I should warn them. Ah, here we are. A button. Well, here goes nothing. Oh, wow. A door. This is it. Our way out. I'll go check ahead before I get Ben in case there's anything that would scare him. Oh, it can't be. Door, door. It's just... It's just a basement. A dead end. Oh? Greetings, young one. Ah! What is this? Shh! What? Shh! And greetings again. What a glorious fate that has brought you to this den. Oh, um... Thank you? Tis so long I have waited in the dust and the gloom for your ill-fated arrival to me in this room. You... knew I was coming? Indeed, my dear Anna, for I see far and wide. The witch used me to find you. You had no place to hide. Oh, I see. Oh, but where are my manners? Since now you've come hither, I have no name to greet you by, though you may call me Mira. Well then, hello, Mira. Pleased to meet you. A pleasure, Diana. A pleasure indeed. Please, ask me your questions, for I have answers you need. Okay, weißt du, wie ich aus dem Turm hier herauskomme? Wie geht es meinem Opa? Geht es ihm gut? Ähm, kann ich Ben irgendwie von diesem Zauberspruch befreien? Wie ist mein Grandpa? Wissen Sie, ob er okay ist? Es ist so lange, seit ich zu verlassen. Und diese Witch und... Das stimmt, Anna. Und mit deinem Grandpa sehe ich, dass er nicht zur Kursung ist er? Curse? What do you mean, Curse? Look, I'm sorry. I appreciate the help. I just don't understand these rhymes. You're only getting me confused and... and... Sigh. I'm just so worried about Grandpa. I miss him so much. Come now, dear girl. Please not be afraid. To help people like you, tis why I was made. Watch closely now, for I travel far to bring you the image of your beloved Grandpa. Really? Grandpa! Oh no, he looks even worse than before. I cannot create lies. Tis the truth I must speak. And the tragic truth is with each day he grows weak. What can I do, Mirror? Where do I need to go? Through the witch's dark woods over the east cliffs of snow lies the lonely village of Wunderhorn far down in the middle. Within here these quarters lies a magician of heart pure. Find him, dear Anna, and you shall find your cure. A cure! I knew it! The village of Wunderhorn. Thank you, Mirror. Really? I can't thank you enough. But let's not be hasty. You must first take heed. You cannot simply escape for protection, Mr. Okay. Es gibt ein Buch. Dieses Buch nennt sich Das Knaben Wunderhorn. Ist eine Märchensammlung, die in Zusammenarbeit mit den Gebrüdern Grimm, soweit ich mich erinnern kann, erschienen ist. Zumindest von ehemaligen Freunden der Grimm, da es Meinungsverschiedenheiten gab, wie an das Erfassen von Märchen herangegangen werden sollte. Ob nur erfasst werden sollte oder ob neue Märchen geschrieben werden. Und ich habe das Knaben Wunderhorn nie gelesen, bin aber schon quasi dran vorbeigekommen, ganz knapp, da als ich meine Grimm-Seminare hatte an der Uni. Ist ja eine Grimm-Universität hier in Kassel. Ähm, ja. Vielleicht kann ich da mal was dazu ausführen. Das hier scheint ja auch relativ märchenlastig zu sein, wie wir das mit dem Juringel ja auch schon haben. Auch wenn ich mich an das Märchen nicht mehr insgesamt erinnern kann. Oh ja. Weißt du, wie ich aus diesem Turm hier herauskomme? Weißt du, wie ich aus diesem Turm hier herauskomme? Ah, ja. Die Quest, die du hast genommen, hat in der Grund zu schmerzen. Schmerz nicht! Denn die Antwort liegt, in einem Objekt zu erfüllen. Mit mir? Ich verstehe das nicht. Äh, wie meintest du, wie komme ich hier raus? Und Schutz, was meinst du damit? Äh, kann ich Ben von diesem Zauberspruch irgendwie befreien? Wenn ich den Spell auf Ben Ich denke, er war ein Junge, bevor die Wälder ihn verabschiedet hat. Und... Wahrscheinlich, der poor child, poor victim of fate. Eine Destinie, streift mit viel Tod, Angst, Angst und Angst. Was? Was? Tod? Wird Ben wieder werden? Ben liegt da. Es ist sicher, dass Sorrow ist in der Bein. Aber deine Hilfe, ich kann sicher, wird davon sein. Hm. Ich glaube, ich sehe. Ähm. Protection? Was bedeutet das? Die Wälder, die du siehst, sie wird niemals resignieren. Wherever du gehst, sie wird Hunt down your mind. So, what do I do? Once the path to escaping has been found and revealed, you must fashion a spell that will act as your shield. And that's in this spell book, right? Turn to page 44, and there you shall read of the spell with such strength that you will meet your need. It is an amulet you casted on and wear from Hedgeford. Then all the tricks from the witch can simply be ignored. Oh, let's see. Hmm. Wait. All these ingredients. A raven's feather, a strand of hair from the one you need protection from, a blessing from the dead over the cauldron they are in, then I need to heat them to a boil together, and then I need to dip in an amulet charged by the moon. Nearer, how am I going to find all those things here? Rest assured, dear girl, in this tower, these are strewn. Well, you can see everything, right? Can't you just tell me where to find them? Oh, I'm afraid I cannot. I have assisted all I can. The rest of the way is for you now to plan. Hmm. Okay. Thank you, Mira. Good. Das ist, war jetzt nicht so wichtig. Bücher, Zauberspruch, Zutaten, Flaschen. Gucken wir doch erstmal. Das heißt, ich speichere mal. Moment. Hier. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, weil ich bin jetzt schon zwei Stunden am Stream. Und das ist ein bisschen arg lang. D. Okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Wir sehen uns morgen Abend zum Mini-Stream wieder. Verdammt, ich wollte gerade aufhören, Pfandkraut. Ich bin jetzt zwei Stunden am Stream. Ich muss leider aufhören, ich bin schon eine Stunde drüber. Ich will noch das Unboxing machen. Wir sehen uns morgen Abend wieder für den Mini-Stream. Morgen werde ich dann bemalen. Donnerstag geht es mit Annas Quest weiter. Wenn du magst, kannst du Ich habe gestern gefragt. Ich habe gestern gefragt für einen Unboxing Stream. Kann ich machen. Müsste ich jetzt trotzdem einmal kurz aufhören, alles umstöpseln und dann könnte ich gerne hier auspacken. Dann lade ich das da hoch. Das ist kein Problem, wenn du dich ein paar Minuten gedulden kannst. Alles klar. Dann bis gleich.